so und was können wir mit dem rätsel jetzt anfangen was müssen wir damit anfangen können ich will wieder fotos machen jetzt schneiden call 14 335 ok wir callen mal 14 335 hallo hallo wo bin ich was wie komme ich hier raus schau doch das schlüsselloch was bringt uns das jetzt das ist eine uhrzeit dreieckiger schlüssel ah cool jetzt bekommen wir wahrscheinlich die ganzen dinger auf oh rätsel noch mehr hier taschentuch ist das merchant sailor feature das sind das die sind das ist das wie bei den chillers art games sind das die und da sind sachen drauf oder ist das youtube hier ist was das würde mich mal interessieren ob das noch was zu sagen hat oh warte mal oh warte mal das hat wirklich was zu sagen ok dann brauchen wir all diese bücher dinge oh yes bangkok sind wir cool switch 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 Das ist eine Irreführung, oder? Oh je, wir sind die, schau mal, die haben das gleiche Symbol. Aber das ist wichtig, hier, zack. Alter, du musst hier wirklich durchgehen und schauen. Habt ihr das gerade gesehen, den Nachnamen, Reinhardt? Ich hoffe, ich hab keines vergessen. Sieht da ein bisschen spooky aus. Hä? Wo hab ich jetzt, hab ich jetzt durch Zufall? Ah, schau mal, Wende mehr, Dale. Manche machen doch mit Absicht irgendwie super spooky Fotos da. Ach so, wir hätten, oh mein Gott, ich hätte auch klicken können. Sein Foto gerade. Beim ersten Buch hör ich auf. Ja. Ja. Okay, cool. Sieht aus wie Leute, die vielleicht, ähm, ja, äh, gespendet haben. Schauen wir mal, was wir damit erreichen können, mit den Büchern zumindest. Mal gucken, wo es losging. Mal gucken, wo es losging. So. Bücher. Ähm. Wir haben hier, ähm, wir haben hier Eilander Caroline. Der, deren Buch kommt hier außen hin. Dann haben wir den Eilander Jacob. Das ist das dritte. Van Gogh, hier. Hill, Robert. Robert Hill. Der Glora hier Tag des Sees wird kommen. Einer wird den Tod, der andere die Erleuchtung finden. Glasauge. Ähm. Ähm. Enlightenment. The Chosen One. Boah. Das ist ganz schön. Puh. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Nächstes Mal wieder einsteigen da. Es wird hart, glaube ich. Ich glaube, dass das hart wird. Entnahme der Ernährungen. Ja. Zungere Gespenst. Balanziere die Substanz deiner Vorleben aus. Chosen One. Ah, ich fotografiere eigentlich einfach so viel wie möglich. Vielleicht, ähm, schaffen wir da dann das nächste Mal ein bisschen Klarheit. Achso, das mache ich dann am Schluss, wenn wir das alles zusammen haben. Ähm. Wir haben hier... Was ist das noch? Taschentuch. Preis ausschreiben, Rust Lake. A piece of dress. Noch eine Dio. TV 588. TV 588. TV 588. TV 588. Das ist die Reihenfolge der Symbole. Das ist die Reihenfolge der Symbole. Okay. Ähm. Okay. Oh, halt. Ich mache schon wieder ein Video. Oh mein Gott. So. Also. Zuerst das. Dann 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 das. Ja, vielleicht. Tatsächlich. Globus-Schlüssel. Ah, dann geht's da weiter. Gut. Warte mal. Halt, halt, halt. Kann man das nicht löschen? Muss man da rausgehen dafür? Äh. Äh, wo ist das Dorf? Ach so, oh mein Gott. Das Dorf ist links von uns, also laufen wir hier lang. Jetzt ist der Tempel rechts von uns, das heißt... Wir gehen hier lang, okay. Jetzt fahren wir mit dem Boot. Links ist ein Haus, rechts sind Berge. Wir laufen links. Links von uns ist das Haus, also laufen wir hier hin. Und jetzt fahren wir hier drauf zu. Die Cabin ist links, dann ist das hier. Jetzt fahren wir den Fluss entlang. Mühle rechts von uns. Wir fahren wieder mit dem Boot Richtung Berge. Und das... Und das... Okay. Zeitungsartikel. Glas. Hier ist ein grünes Glas. Da brauchen wir Flüssigkeit. Da brauchen wir Flüssigkeit. Da kriegen wir denn jetzt wieder Flüssigkeit. Extra Achievement. Okay, wir haben... Ah, warte mal. Okay. Oh, ich weiß, glaube ich, mittlerweile, wie die Games funktionieren. Ich weiß, ich werde diesen Satz noch bereuen, aber... Diese Verdress brauchen wir noch. Okay, okay, okay. Boah, das gefällt mir bis jetzt... Glaube ich am besten. Paradox, bis jetzt. Bis jetzt kann sich jederzeit ändern, ne? Das kann sich jederzeit ändern. Da ist die Schnur. Schau an. Jetzt muss das so gehen, oder? Ja, und jetzt brauchen wir noch Wasser. Was, 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 was? Was, was, was? Könnten wir denn Wasser herbekommen? Wasser. Ach, da ist Flüssigkeit, Sean. Noch ein Glasauge. Okay. 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 Und jetzt geht das mit. Oh, ja. Tür. Oh, was ist das denn? Was geschieht mit mir? Ich muss meine Erinnerungen ordnen. Ich muss meine Erinnerungen ordnen. Ich muss, was. Ich muss meine Erinnerungen ordnen. Ich muss meine Erinnerungen alsיכ halen.